Das heißt Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte und die Technik im Gebäude planen wir. Wenn du hier eine Baubesprechung bist, diskutierst, wie es ist und mittlerweile ist es total angenehm zu arbeiten. Da passt einfach das ganze Team und das ist total fein. Nein, ich muss sagen, es war eigentlich total einfach, weil ich bin zu einem Schattel gegangen eben und da waren wir auch gerade zwei den Lernengelassen und so war das jetzt kein Ding und wir haben jetzt auch total normal mit mir oder nicht und da gibt es jetzt überhaupt nicht, weil irgendwo ein Unterschied war oder siehst du was, also total fein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.